Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Grey Matter. Wir sind gerade in einer relativ, naja, sagen wir mal, unguten Situation. Wir haben in Hellas Zimmer herumgeschnüffelt. Und ja, wer ist am ehesten verdächtig? Malik oder Angela? Wir müssen ihr was erzählen, sonst kommen wir hier nicht mehr raus. Vielleicht doch am ehesten Malik. Wobei beide haben sich sehr positiv über Stiles und das Experiment geäußert. Also von daher, Angela hat ein bisschen einen Knacks und Malik... Gut, gegen Malik würde nicht viel sprechen, also vielleicht Angela. Angela kannte Dr. Stiles schon vor dem Experiment. Ich habe sie gefragt und sie hat gesagt, dass sie ihn mal in der Nähe des Campus auf der Straße gesehen hat. Nach dem Unfall. Aber das kann nicht stimmen. Stiles geht nicht auf den Campus, er verlässt ja nicht mal das Haus. Er schämt sich wegen seines Gesichts. Vielleicht wusste sie einfach nicht mehr genau, wann sie ihn gesehen hat. Vielleicht. Auf jeden Fall sind das ganz schön schwere Anschuldigungen. Wenn du mich fragst, ist sie eine Einzelgängerin und viel zu verschlossen, als dass sie in einer Verschwörung mit drinstecken könnte. Malik ist die wissenschaftliche Hilfskraft von Stiles größtem Feind auf dem Campus, einem Kerl namens Linkweller. Ich habe das Gefühl, dass er von nichts Halt machen würde, um Dr. Stiles zu ruinieren. Ja? Das ist auf jeden Fall verdächtig. Um nicht zu sagen, ganz schön unverschämt. In meinen Augen aber trotzdem nicht so heftig... Ja, vorbei. Ich glaube kaum, dass man das machen würde für jemanden. Oder? Ich weiß es nicht. Hat jetzt irgendwer eigentlich eine Idee, was wir tun können? Äh... Wir sind hier noch nicht fertig. Ich würde sagen, wir gehen mal hoch in den zweiten Stock. Vielleicht gibt es da ja was. Außerdem im zweiten Stock müsste Charles sein Zimmer haben in Apartment. Oder Apartment halt. Raum 204. Das müsste hier sein. Können wir uns zumindest anschauen. Also, ja, anschauen. Vielleicht können wir klopfen. Charles? Keiner da. Ja, okay. Gut. Hier, das haben wir schon angeschaut, glaube ich. Ist irgendwas mit den Zimmernummern... Ah, die können wir auch... Oh, da können wir nicht anschauen. Hä? Hä? Na doch, irgendwas können wir da anschauen. Zimmer 204. Hier wohnt Charles. Okay. Und das hier, 206, sagt die da auch was? Das habe ich noch gar nicht gemacht. Unglaublich, oder? Zimmer 206. Niemand, den ich kenne. Und hier in 202? Weil da ist immerhin offen. Also, vielleicht lebt da irgendwer und wir können rein. Zimmer 202. Ich kenne die Person nicht, der das Zimmer gehört. Schade. Aber wir können hier, wie gesagt, anschauen. Nur bringt uns das, denke ich mal, nicht... Regelungsmechanismus entsprechend einstecken. Das weiß ich. Das ist die Schloss... Aber wir können damit nichts tun. Wir können auch hier, glaube ich, keinen Zaubertrick oder so anwenden, weil... Moin, 100... Achso, das ist Helenas Schlüssel. Okay. Arsch. Egal. Gibt es hier eigentlich noch was? Oh, können wir jetzt mit dem reden? Dann ist das Symbol nämlich so komisch. Das war bis jetzt nicht so, oder? Hi, ich wollte fragen, ob du mich vielleicht in Zimmer 204 lassen würdest. Und warum sollte ich das tun? Hm... Was ist die beste Antwort? Er hat ein Buch, ich liefere Kekse auch, ich bin seine Freundin. Ich bin seine Freundin, ist vielleicht die intelligenteste Variante. Ich bin Charles' Freundin. Ich dachte, ich könnte ihn vielleicht überraschen. Ha, du bist diese Woche schon das dritte Mädchen, das behauptet, seine Freundin zu sein. Wie wäre es, wenn ich dich in mein Zimmer lasse? Dann kannst du mich überraschen. Ähm, das klingt wirklich verlockend, aber... Nein, danke. Okay. Das habe ich nicht bedacht, dass der sehr beliebt ist und das öfter passieren könnte. Das mit dem Buch hört sich irgendwie nicht so intelligent an, deswegen Kekse... Äh, ich liefere Kekse aus. Ach ja? Ich sehe aber keine Kekse. Sie sind ziemlich klein. Ich finde, diese Kekse da sehen groß genug aus. Gib mir doch mal eine Kostprobe. Du bist ein Schwein! Du hast doch damit angefangen. Okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen seltsam gewesen. Er hat sich von mir ein Buch ausgeliehen und ich brauche es dringend wieder. Wegen so einer Kleinigkeit willst du, dass ich gegen meine Prinzipien verstoße? Ach, das kannst du vergessen. Ja gut, die Frage ist jetzt aber, was tun? Hä? Moment, hä? Das schreit nach einem kleinen, netten Trick. Aber welchen soll ich nehmen? Oh! Äh, ein Trick. Äh, hä. Das ist eine gute Frage. Der Trick hier aber besteht darin, einen kleinen, ferngesteuerten Krachmacher im Klo... Moment, wir haben einen Krachmacher und wir haben Klopapier. Tür. Wenn dein Publikum bei dir ist, aktivierst du den Krachmacher. Aber wenn das... Oh, der schaut dann nach, der macht auf. Oh, wir lassen den aufmachen, dann manipulieren wir vielleicht das Schloss, dass es nicht zufällt, weil wir haben ja direkt daneben ein Schloss, wo wir geschaut haben, was das nicht zufallen kann. Ideal, oder? Der Trick bringt in dieser Situation nichts. Leck mich. Oh Gott. Das wäre doch ideal, oder? Äh, kannst du durchschauen? Das hier übrigens, denke ich, wird es nicht sein, weil den haben wir schon ver... Oder haben wir den schon verwendet? Krachmacher. Ach nein, doch. Ich meine, irgendwas zu zerschreddern wird nicht da funktionieren, denke ich. Teile und Herrsche. Das ist Kartendeck-Mission. Der hat Karten, also. Was spielst du da eigentlich? Gin Romy, willst du eine Runde spielen? Fünf Pfund pro Partie. Und dass du mir ja nicht die Universitätsleitung vollholst, wenn du verlierst. Gin Romy ist nicht schlecht, aber ich wüsste da ein schnelleres Spiel. Es sei denn, du kannst nur Gin Romy spielen. Ich schlage dich in jedem Kartenspiel, das jemals erfunden wurde, Süße. Wie heißt das Spiel? Teile und Herrsche. Das habe ich immer mit meinem Bruder gespielt. Er dachte, er sei klüger als ich und würde mich in allem schlagen. Wenn mein Bruder und ich Streit hatten, hat meine Mom die Teile- und Herrschestrategie angewandt. Ging es zum Beispiel darum, wer die größere Portion Pommes bekommt, musste mein Bruder die Pommes in zwei Portionen aufteilen. Und ich musste dann entscheiden, welchen Teller ich nehme. Das ist doch doof. Ich würde einfach auf einen Teller mehr tun, aber es so aussehen lassen, als wäre weniger drauf. Das hat er versucht, aber ich habe ihn immer dabei ertappt. Entweder war dein Bruder ein Trottel oder du lügst. Wollen wir wetten? Ich setze zehn Pfund für jede Runde. Wenn ich es schaffe, dir 30 Pfund abzuknöpfen, habe ich gewonnen. Einverstanden. Okay, teile ein paar Karten aus. Vorderseite nach oben. Fünf bis zwölf Karten. Wie viele genau, kannst du entscheiden. Hä? Hätte ich mir durchlesen sollen, wie dieser Trick geht? Hä, hä. Ist es jetzt euer Ernst? Äh, ich fang an oder du fangst an. Okay, das ist irgendwie Arsch. Keine Ahnung, fang ich an? Nein, ich weiß nicht, was ist. Also, er fangt an. Okay, ich wähle dir jetzt die Karte aus, von der ich denke, dass sie am Ende übrig bleiben wird. Ich weiß nicht, was das ab... Nein, ich will hier... Nee, ich will hier das Buch sehen. Shit. Ähm, ich weiß nicht, worum es geht. Welche übrig bleiben wird? Keine Ahnung. Ich sag das Ass. Ich weiß es nicht. Wähle zwei Karten aus. Okay. Warum hat sich die andere gedreht? Ich verstehe es nicht. Oh, ich verstehe. Es wäre... Ich sag am Anfang, welche ich denke, übrig bleibt. Dann kann er zwei Karten markieren und ich muss eine davon auswählen. Okay. Okay, aber müsste dann nicht die Anzahl der Karten eine Rolle spielen? Jetzt sind es sechs Karten. Wir haben angef... Nein, er hat angefangen zu markieren. Okay, das merke ich mir mal. Ich darf zwei auswählen. Da wähle ich auf jeden Fall zwei aus, wo keine dabei ist, die er zerstören könnte. Jetzt muss ich natürlich die auswählen. Ist logisch. Jetzt... Jetzt wähle ich zwei Karten aus. Ja, ich glaube, wir haben schon gewonnen. Weil jetzt muss es so sein. Er wählt zwei aus und ich nehme die und die bleibt übrig. Und Dankeschön. Okay. Das heißt, bei sechs Karten soll er anfangen. Okay. Nochmal. Wir haben schon zehn Pfund gewonnen. Alles klar. Wie viele sind das jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf. Das sind mehr. Lassen wir ihn anfangen oder soll ich anfangen? Ich fange mal an. Ich mache das mal so. Vielleicht hat es mit der Menge, vielleicht mit gerade, ungerade. Vielleicht aber... Mit etwas anderem kann sowas eigentlich nicht zusammenhängen. Ich nehme mal wieder das Ass. Das ist leicht zu markieren. So. Dann wähle ich jetzt zwei Karten aus. Am besten zwei irgendwelche. So. Und jetzt wird er wahrscheinlich das Ass und noch eine auswählen. Genau. Jetzt nehme ich die hier. Jetzt wähle ich wieder zwei aus, die... Wo keine von denen das Ass ist. Weil wenn ich das Ass auswähle, bin ich ziemlich doof. Mal schauen, ob das funktioniert. Mit so Kartensachen bin ich eigentlich relativ gut. Aber... Naja. Ich bin... Ich bin gerade in Sachen von Zählen, was jetzt abgeht. Wenn es um Zahlen geht, schlecht. Aber so reine Logikrätsel könnten funktionieren. Und das ist der Sieg für uns. Wunderbar. Wir erneben die und die und wir nehmen die drei. Und Dankeschön. Und das war's. Wunderbar. So. Diesmal sind es zehn. Okay. Ich würde sagen, wir fangen wieder an. Weil das sind... Wobei, lass mal denken. Bei sechs haben wir... Wir haben beide gewonnen. Bei sechs hat er angefangen. Bei elf wir. Okay. Wenn das jetzt denkt... Wenn ich jetzt denke, dass es bei geraden er anfangen soll. Und bei ungeraden wir. Was ich nicht weiß, aber ich könnte es mir denken. Dann würde ich sagen, soll er wieder anfangen. Ich nehme diesmal natürlich wieder... Hier gibt es kein Herz. Ich nehme den Herzbuben. Dankeschön. So. Das ist klar. Dann wähle ich jetzt wieder zwei aus. Und schauen wir mal, ob das jetzt so funktioniert. Achso. Nein. Ja. Ich darf nur niemals auf den Herzbuben klicken. Dann bin ich eigentlich schon am Gewinnen, falls ich mich jetzt nicht irgendwie verschätzt habe. Und es hängt, je mehr Karten, dass zum Beispiel zwischen sechs und oder fünf und neun, muss man ihn anfangen lassen. Und alles drüber muss ich anfangen. Aber es schaut momentan ganz gut aus. Und das ist wieder der Sieg für uns. Und damit haben wir unsere 30 Pfund. Dankeschön. Verdammt. Du hast mich um den Gewinn eine ganze Woche gebracht. Hast du es bar? Du hast die Karten doch irgendwie manipuliert. Dumm nur, dass du nicht weißt, wie. Ich bitte zur Kasse. Wolltest du vorher nicht irgendwas? Ja. Ich wollte, dass du mich in Charles' Zimmer lässt. Deal? Deal. Es ist schön, mit dir Geschäfte zu machen. Ja. Ich bin begeistert. Also ich finde das cool. Das war nicht besonders schwer, aber es war recht lustig. Das sollte ich tatsächlich mal mit irgendjemandem ausprobieren. Mal schauen, ob die drauf kommen. Es wäre wahrscheinlich nicht so langweilig gewesen mit Denken, wenn ich das gelesen hätte. So. Ist jetzt noch was, oder? Ja, nee. Mit dir sind wir fertig. Auf in Charles' Zimmer. Obwohl Charles nicht der Verdächtigste ist. Auf keinen Fall. Okay, hier gibt es einiges. Achso, ich dachte, ich könnte Lichtschalter betätigen. Was gibt es denn hier jetzt alles? Hm. Gar nichts, oder? Achso, hier. Bücher und Spiele. Mangas, Spiele, DVDs. Es passt total zum schüchternen Charles. Ja, kann man schon sagen. Hier übrigens so eine Art Playstation oder sowas in die Richtung. Oder zwei Konsolen halt. Ich glaube, das ist ein Gamecube und das soll so eine alte Xbox darstellen. Okay, was ist Schublade? Okay, schauen wir mal überall hin, was ich finden kann. Da ist nichts Interessantes drin. Okay. Der PC können wir diesmal gar nicht mal anschauen. Und was ist das? Ein Junkfood, okay? Ein Burgerschachtel oder sowas. Wow, der scheint ja ein richtiger Nerd zu sein. Hey, sag das nicht so abwertend. Das finde ich gemein. Achso, hier kann man raus. Ein Bild. I want to believe. Charles scheint ein Science-Fiction-Fan zu sein. Das ist alles, das passt alles zu gut zum Nerd-Bild. Oh, ein Foto. Und eine Zeitschrift. Scheiß frisch. Zeitschrift erst mal. Okay. Oh, Professor David Stiles. Oh, ist er doch eher verdächtig, als ich gedacht habe. Das ist eine Ausgabe der Scientific American mit einem Artikel von Dr. Stiles. Aber Charles hat so getan, als hätte er noch nie etwas von Dr. Stiles gehört. Ich lasse mich doch nicht verarschen. Aber gut, vielleicht hat er sich in den zwei Tagen besorgt, seitdem wir ihn konfrontiert haben. Wobei, wie alt ist das? Egal. Hier ist übrigens Novois Kopfhörer. Charles interessiert sich mehr für Dr. Stiles, als er alle Glauben machen wollte. Das macht ihn ziemlich verdächtig. Ja, schon. Aber ich wollte eigentlich die Kopfhörer anklicken. So, dann war hier noch irgendwo ein Foto. Da, genau. Das können wir uns auch anschauen. Hä? Charles sieht doch ganz anders aus. Und das Foto ist erst ein Jahr alt. An Charles. Lieb dich für immer, Mutter. Das ist wahrscheinlich seine Mutter und das ist wahrscheinlich Charles. Ich schätze mal... Moment, damit können wir irgendwas machen, okay? Ich schätze mal, er hat einfach in der Zeit relativ abgenommen. Oder? Die Telefonnummer von Charles' Mom. Ich sollte sie in meinem Handy speichern. Vielleicht brauche ich sie noch. Okay. Machen wir mal. Können wir nichts einfacher als das machen. So, ich habe die Nummer in meinem Handy gespeichert, falls ich sie irgendwann mal brauche. Die Mutter von Charles' Mom. Okay, und jetzt das Foto mitnehmen. Hat Charles Ettingen die Identität einer anderen Person angenommen? Ich sollte das Foto als Beweisstück mitnehmen. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass er die Identität einer anderen Person aufgenommen hat oder so. Aber ich glaube einfach, er hat relativ abgenommen. Warum geht die Leertaste wieder nicht? Ach Gott, leck mich. Ich gehe jetzt einfach raus. Sie funktioniert natürlich genau 10 Sekunden später, nachdem ich sie brauchen würde. Das ist super. Gut, dann wäre es jetzt eigentlich nur noch ganz oben, oder? Ganz oben wohnt nämlich Harvey in Zimmer 302. So, was gibt es denn hier noch zu tun? Wir können auch mit dieser Aufsicht sprechen. Das finde ich gut. Wahrscheinlich auch irgendein Trick, damit er für Harvey aufmacht. Hi. Äh, ich nehme an, du kannst mich nicht in Zimmer 302 lassen, oder? Ich habe Harvey Kinderman eine Kamera geliehen und muss sie dringend ins AV-Labor zurückbringen. Nein. Na, verdammt. Komm schon, ich weiß, dass ihr normalerweise keine Leute in die Zimmer anderer Studenten lasst, aber es ist wirklich wichtig. Für mich nicht. Der lässt sich nicht weichklopfen, verdammt. Ich brauche den richtigen Trick. Vielleicht können wir hier das machen mit diesem Hilferuf-Krachmacher. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Trick. Ja, Hilferuf-Krachmacher. Vielleicht, ich wollte es unten probieren. Vielleicht hilft es hier. Den Trick sollte ich hinkriegen, aber dazu muss ich hier erst ein paar Dinge vorbereiten. Okay, zum Beispiel, ähm, den Krachmacher irgendwie auspacken und in Klopapier, oder? Oder halt nicht auspacken und direkt in Klopapier. So, das müsste reichen. Ich habe den Krachmacher in Klopapier gewickelt. So wird ihn niemand sehen. Wunderbar. Wo ist der jetzt? Hier. Charles' Foto. Schauen wir uns das nochmal an. Das habe ich in Charles' Zimmer gefunden. Okay, nichts Interessantes. So, ich würde sagen... Wo wohnt der? 302. Okay. Bei den anderen können wir da eh nichts machen. Also 302, da können wir ihn vielleicht da unten jetzt durchschupfen, oder... Ich glaube zwar kaum, dass das wirklich da drunter durchpasst, aber... Aber bitte. So, und jetzt? Hm. Ich glaube nicht, dass ich so irgendwie weiterkomme. Meint, habe ich das jetzt nicht gemacht, oder? Doch. Ich glaube nicht, dass... Okay, muss ich das jetzt noch mit irgendwas kombinieren? Mit der Papierfee? Mit den zwei Sachen komme ich auf keinen grünen Zweig. Okay, ich dachte gerade. Ähm... Vielleicht können wir ihn jetzt ausdrücksen. Den Trick sollte ich hinkriegen, aber das... Okay, ich muss noch Dinge vorbereiten. Die Sache ist, was für Dinge? Es hat jetzt irgendwas mit dem zu tun. Die Frage ist, mit was kann ich das kombinieren? Mit dem Zauberbuch? Nein, wahrscheinlich ja nicht. Schau mal in das Zauberbuch. Vielleicht steht da, was man präparieren muss. Ähm... Klopapier wickeln und unter eine Türchen zuschieben. Wenn ein Publikum bei dir ist, aktivierst du den Krachmacher mit der Fernbedienung. Das hört sich dann so an, als ob sich irgendjemand hinter der Tür befinden würde. Aber das Publikum, okay. Alles klar. Aber das bedeutet ja, ich sollte da jetzt fertig sein, oder? Ich glaube nicht, dass ich so irgendwie weiterkomme. Okay. Hä? 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 Kann ich noch irgendwas anderes damit tun? Kann ich draufdrücken? W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. wohin gehst. Was ist da los? Okay, das war scheinbar richtig. Okay. Schön. Nice. Okay. Schnell irgendwie reinhuschen oder irgendwie irgendwas machen. Das manipulieren, das Schloss wie unten. Genau. So, jetzt fällt die Tür nicht zu, wenn er das Zimmer verlässt. Wunderbar. Und er kommt schon wieder. Wir haben nichts gemacht. Oh, er verpisst sich jetzt sogar. Das ist natürlich sehr gut. Das heißt, wir können da jetzt gemütlich rein spazieren ins Zimmer von Charles. Äh, Harvey. Nicht Charles. Charles waren wir. Die Zimmer schauen hier alle relativ ähnlich aus. Aber gut. Was will man machen? Nur Helenas Zimmer kam mir irgendwie am größten vor jetzt so nachträglich. Kann aber nur Täuschung sein. Jungs, können wohl einfach nicht die Finger von Spielzeug lassen, oder? Naja, Spielzeug in welcher Hinsicht? Denn auch ein Drehbuch. Interessant. Was ist das? Äh, 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 Screenplay, Mad Scientist. Mr. Harvey Kinderman. Okay. Was ist das? Sind das Notizen für einen neuen Film? Ein seltsamer, entstellter Wissenschaftler. Ein Gothgirl namens Jimmy. Experimente, in denen Gehirne ausgesaugt werden. Steckt etwa Kinderman hinter all den Streichen und filmt sie? Ich werde herausfinden, ob das stimmt. Und falls ja, dann ist dieser Mistkerl fällig. Alter. Cool. Aber ich glaube fast, also jetzt irgendwie aus dem Bauchgefühl heraus, dass es wahrscheinlich eher damit zu... Harvys neues Drehbuch kommt mir ziemlich bekannt vor. Ich glaube eher, dass er das nachempfunden hat. Also, ich habe echt keine Ahnung, wer am verdächtigsten ist. Charles ist schon eher verdächtig. Und irgendwie sind alle so ein bisschen verdächtig. Außer vielleicht Helena, weil die hätte, glaube ich, nicht so viel davon. Oder? Ich weiß es nicht. Seine Ausrüstung ist ganz schön umfangreich. Daddy scheint sich ja doch nicht allzu sehr an der Filmerei zu stören. Oder Harvey ist nicht gerade knapp bei Kasse. Ja, also, fuck. Also, wenn ich jetzt einen Tipp abgeben müsste, wer dahinter steckt. Keine Ahnung. Vielleicht wäre es immer noch Mephisto, aber ich weiß es nicht. Jeder, bis auf Styles und uns selbst, sind eigentlich verdächtig. Weil Styles würde das nur schaden. Deswegen glaube ich nicht. Und wir denke ich nicht, dass wir das nicht wüssten. Der gute alte Harv ist ganz schön schlampig. Oder vielleicht wissen wir es tatsächlich. Keine Ahnung. Die meisten Episoden enden ja so circa um die Mittagszeit. Und zwischen Mittag und Abend sehen wir nicht, was Sam macht. Also, ah Gott. Ich bin echt nicht besonders, was da jetzt ist. Hey, ich erinnere mich an diesen Film. Er war ziemlich gut. Harvey hat Geschmack. Also, ich weiß es nicht. Ah Gott, das ist echt schwer im Moment. Wow, der hat sogar Fotos von berühmten Regisseuren auf seinem Regal stehen. Okay. Haben wir hier sonst noch irgend... Das Bild hier haben wir glaube ich noch nicht, oder? Oder bin ich gerade verpeilt? Hey, ich erinnere mich an diesen Film. Ach so, nee. Aber das hat er doch hier auch gesagt. Oder sie. Hier hinten ist noch ein Bild, genau. Das ist glaube ich noch das Fagato, oder? Hey, ich erinnere mich... Okay, nee, die Bilder haben nur... Zeigen nur, dass Harvey guten oder ähnlichen Geschmack wie Sam hat. Sonst, wir können hier nichts machen. Auch nicht mit dem Drehbuch. Also, von daher... Sollten wir rausgehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Es... Ist das... Es... Nein, es ist... Haben wir nicht gesagt, wir treffen uns um zwölf, oder so? Wie immer, oder? Egal. Hier war ja nichts mehr. Ja, dann gehe ich jetzt nochmal runter. Moment, ich lasse mal kurz schauen. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Vielleicht sind wir hier in St. Edmunds Hall schon fertig. Nein, sind wir nicht. Wir haben hier und im Dreadhill-Anwesen jeweils noch was. Aber vielleicht haben wir auch nur was, dass wir rausgehen müssen, weil es schon zwölf ist, auch wenn die Uhr was anderes sagt, und uns mit unseren Freunden treffen sollen. Weil sonst haben wir alles. Wir können... Wir sind da drinnen gewesen. Vielleicht sollten wir nochmal mit Helena reden. Was wir jetzt über die anderen rausgefunden haben. Hä? Ja, wir können mit ihr reden, auf jeden Fall. Ja, genau. Was passiert ist. Das habe ich mir schon gedacht. Ich habe in Havis Zimmer das Drehbuch für einen neuen Film gefunden. Dreimal darfst du raten, worum es in dem Film geht. Um uns? Ja, um uns und das Experiment. Wenn das nicht verdächtig ist. War da auch eine Beschreibung von mir? Wird meine Nase erwähnt? Hat er geschrieben, dass sie zu groß ist? Helena! Ich habe ein Recht darauf, das zu erfahren. Nein, in seinen Notizen stand nichts über deinen Zinken. Gut. Bin ich im Film die Hübsche? So ausführlich war das Drehbuch noch nicht. Schätzchen, reg dich doch nicht so auf. Davon kriegt man Falten. Okay. Ja, dann noch über Charles' Fotos. Das habe ich in Charles' Zimmer gefunden. Oh mein Gott! Das ist unbezahlbar! Sieht doch gar nicht so aus wie er. Und laut dem Datum auf der Rückseite wurde das Foto erst vor einem Jahr gemacht. Ich glaube, Charles ist ein Betrüger. Ich bitte dich, ich erkenne das Muttermal auf seinem Hals. Sieht süß aus. Natürlich war es vor einem Jahr noch nicht ganz so süß. Niemand verändert sich innerhalb eines Jahres so stark. Vielleicht ist er ja ein jüngerer Bruder. Könnte ja sein, dass Charles vorbestraft ist und sich nicht unter seinem eigenen Namen in der Universität einschreiben wollte. Ich sag nur eins. Hormone. Das ist definitiv Charles. Und wenn er vor einem Jahr wirklich so ausgesehen hat, ist er wahrscheinlich tatsächlich noch Jungfrau. Gott, ich fall gleich in Ohnmacht. Kann ich das Foto behalten? Nein, vielleicht brauche ich es noch. Als Beweisstück. Beweis für was? Für das hässliche Entlein-Syndrom? Mann, wie der sich verändert hat. Okay. Gut, dann würde ich aber sagen, hier gibt es jetzt denke ich mal nichts mehr. Auch nichts Neues und so. Deshalb würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Grey Matter. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute. rainy R唔 vergleich. Du bist er. Du bist da. Du bist der motive. Ja.